So, einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zur ersten Folge von dem Work & Travel Podcast von Flo, also ich. In der ersten Folge will ich euch jetzt heute mal einfach ein bisschen einen Überblick geben, um was es hier geht, wer ich bin und was ich vorhabe. Und ja, also zu mir erstmal, ich heiße Flo, ich bin 19 und ich bin jetzt gerade mit meiner Schule fertig geworden. Ich habe jetzt meine Fachhochschulreife gemacht hier in Baden-Württemberg und ich werde jetzt im Juli nach Sydney bzw. nach Australien erst fliegen und dort für sechs Monate oder ein Jahr Work & Travel machen, also arbeiten, rumreisen, das Land erkunden. Und ich nehme euch mit auf eine Reise, die sicher ziemlich spannend wird und will euch auch hier mit diesem Podcast alles erklären, wie ihr es machen könnt und auf was ihr achten müsst und werde euch auch viel Erfahrung natürlich dort auch weitergeben. Ich mache das Ganze hier, weil ich denke, es gibt noch keinen richtigen Podcast zu diesem Thema. Es gibt nur von einer Organisation, was dazu die sozusagen Work & Travel organisieren, die helfen euch dabei, Sachen zu organisieren und organisieren euch den Flug und so weiter und so fort und verlangen dafür eben auch gut Geld. Ich werde euch mit diesem Podcast zeigen, wie es auch ohne geht. Ihr müsst es nicht über eine Organisation machen, auch vor allen Dingen, wenn ihr das Geld nicht habt. So wie also erstmal zu meiner ersten Folge von meinem Work & Travel Podcast. Ich werde jetzt in der nächsten Folge ein bisschen konkreter werden, werde euch mal zusammenfassen, was ihr im Voraus alles beachten müsst und was ihr dann genau machen müsst, bevor es überhaupt losgehen kann. Und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, das ein bisschen weiter sagt, ein bisschen vermutet. Und ja, bis zur nächsten Folge. Tschau.